Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich Willkommen zurück zu The Sims 4. So, ähm, ich muss mal kurz gucken. Ähm, anscheinend ist das Washbecken kaputt. Die Teichbewohner haben wie immer Hunger, obwohl auch keine mehr drin sind. Wohlgemerkt, ich frage mich, was da immer Hunger hat. Aber, ich muss sowieso mal was gucken. Betty schläft noch. Ich muss jetzt echt erstmal gucken, wer wohin muss. Er, wieso ist du bei der kleinen Junge? Geht doch schon wieder gut los hier. Auf jeden Fall, Betty, du hast... Am Mittwoch. Oh gut, er ist am nächsten Tag dann auftritt. Das kriegen wir alles hin. Ähm, so. Gut, sie kann gleich hoch. Sie hat ja noch Zeit. Ich glaube, er muss zur Arbeit. Deswegen hatte ich ihn hochgeschickt, ne? Er muss definitiv zur Arbeit. In genau 5 Minuten. Demma, hol dich, mein Junge. Hol dich, hol dich, hol dich. Du musst los. Und zwar genau jetzt. Ja, gut, er geht auch automatisch, sobald er aufgegessen hat. Sehr schön. So, und wir haben ja über eine Million. Ich bin echt der Überlegen. Ich möchte gerne mal, weil ich das noch nie hab, da in der Promi-Gegend wohnen. Wir müssen doch jetzt eigentlich das Geld haben, uns da was leisten zu können, oder? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Das ist zwar ein schönes Haus hier mit Pool und alles drum und dran. Aber halt auch nicht gerade sehr geräumig. Dass ich vielleicht Fitnessraum, all sowas einrichten kann. So, er ist zur Arbeit. Wer ist denn aufgestanden? Betty? Sehr schön. Gut, Betty. Den gehst du einmal kurz aus Örtchen. Das muss sein. Gehst duschen. Äh, da. Ich glaube, wir kümmern uns dann gleich mal um Umzug, wa? Würde ich gerne. Da und nach gehst du erstmal hier schnell Reste nehmen und vor allem das Waschbecken reparieren. Sehr schön. So, Umzug war denn nochmal wie? Äh, da, 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 da. Das war, glaube ich, bereusen. Haushalt verlassen und umziehen. Haushalt umziehen lassen. Ich glaube, das ist es. Bin mir nicht ganz sicher. Sonst hat man, glaube ich, zwei Häuser, oder? Ich weiß es nicht. Oh, die Kleine ist auch wach. Cindy ist sehr hungrig. Sieh zu, dass du sie fütterst. Was? Wieso bist du denn auf einmal so hungrig? Immer mit der Ruhe, Kleine. Immer mit der Ruhe. Du kriegst gleich was zu essen. Sofort. So, ähm, schnell. Oh, ein Töpfchen ist ja auch nicht so. Muss Töpfchen gehen? Mach, mach, mach. Du kriegst gleich was zu essen, Kleine. So, und dann darfst du hier Mami um was zu essen bitten. Es geht sofort los. Wieso ist eine Kleine so hungrig? Die ist doch... Hat doch erst was gekriegt. Oh, Betty, was ist mit dir los? Unwohl. Ah, jetzt kümmern sie sich erstmal um die Kleine. Okay. Ja, das kannst du gerne machen. Das kannst du sehr gerne machen. Die Kleine geht vor. Genau. Hol sie, Betty. Um sie um zu kümmern, können wir uns auch gleich kümmern. Wir haben ja auch so noch ein bisschen was bei dir zu tun. Was ist denn nun schon wieder? Hä? Könnt Betty erstmal selbst essen? Was? Ah, die Kleine will erstmal aus Töpfchen, ne? Gut, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. So, eins nach dem anderen. Gut, Betty. Dann geh erstmal selber schnell was essen. Das muss hier alles sein. Um dir umzukümmern wir uns gleich. Ich muss hier erstmal alles wieder in Ordnung bringen. Bevor wir uns um den Umzug kümmern. Ich weiß gar nicht, warum hier so ein Chaos ist. Was hab ich denn beim letzten Mal gemacht, Mensch? Oh, die Kleine müsste dann erstmal aus Töpfchen gehen und der braucht sich ganz schnell was zu essen. Aber ganz, ganz schnell. Ausgehungert. Kriegen wir alles hin? So, gut, Betty. Wenn du gegessen hast, müsstest du ordentlich erstmal das Waschbecken reparieren. Danach kannst du... Ja gut, er ist ja nicht da, obwohl ich ihn jetzt mal ein bisschen mehr beikriegen wollte. Obwohl, er kommt, glaube ich, gleich. Na, wie lange muss er denn hier noch arbeiten? 16 Uhr. Okay, es dauert noch ein bisschen, bis er kommt. So, die Kleine ist auf dem Pott. Sehr schön. Wird schon gleich funktionieren. Betty, dürfte ich jetzt erstmal das Waschbecken reparieren? Oder geht gerade nicht, ne? Nee, kommt sie nicht hin. Gut, Betty, dann räume erstmal schnell das hier weg, sonst könnten wir die Kleine ja nichts zu essen geben. Was? Was war das gerade? Keine Ahnung, muss ich nach der Aufnahme machen. Mal gucken, das war irgendeine Windows-Meldung. Aber Aufnahme läuft noch, oder? Ja. Windows-Meldung sollte eigentlich nicht durchkommen. Die hab ich deaktiviert. Hat er wieder mit irgendeinem Update da was versemmelt, wa? So, Betty. Du, ja gut, oben räumst sie auch mit auf. Die Kleine. Ich will jetzt erstmal die Kleine. Dann kümmern wir uns um alles andere. So, die Kleine hat ihr Geschäft erledigt. Sehr schön. Dann bitte ich erst Mama bitte, um was zu essen. Dann müssen wir den Kurs hier in Ordnung bringen. So, Betty, kommst du runter? Ja. Was machst du denn hier oben, Betty? Jetzt kommt die Kleine da wohl hoffentlich nicht hoch, oder? Was sind die Kleine? Sie kommt hoch, damit Betty sie wieder runterbringen kann. Alles klar, anstatt Betty, du gehst mal zu ihr. Sag mal, was ist denn los? Betty, Betty, Betty. Tut dat not? Echt jetzt? Sie kommt hoch zu Betty, damit Betty sie wieder runterbringen kann zum Essen. Muss ich dat fest sehen? Dafür braucht die Kleine ganz dringend was zu essen. Ja, Betty, dann bringen sie runter. Was stehst du denn da? Genau. Möchte vorbeikommen, ja? Von mir aus, von mir aus. Irgendjemand im Häschenkostüm vom Set. Eins nach dem anderen. Erstmal kommt die Kleine hier. Das ist wichtiger. Wesentlich wichtiger. Da ist er doch schon. Ohne Kostüm. Genau. Es gibt hier aber auch was zu essen, bitte. So, dann begrüßen wir ihn mal. Kompliment machen. Sehr schön, sehr schön. Aber Betty, du musst das hier reparieren. Das ist sowieso dein Part. Auffischen kann er das gleich. Er kommt eh in 20 Minuten. Er soll auch mal was tun. Eingst nach dem anderen. Was geht denn jetzt bei ihr von der Fähigkeit hoch? Keine Ahnung, aber irgendwas ging gerade hoch. Inspiriert. Alles klar. So, und die Kleine ist. Sehr schön, die Kleine ist. Ja. Sehr schön. Hoffentlich steigt der Hunger noch ein bisschen höher. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, Betty, tu deine Arbeit. Befördert zu... Uh, warte mal. Er wurde befördert. Sehr schön. Wurde befördert und ist jetzt Standstammkunde. Aha. Was ist denn ein Standstammkunde? Verdient jetzt 24 mehr pro Stunde, was einem Stundenlohn von insgesamt 73 pro Stunde gibt. Er hat folgende Bonus erhalten. 438, Schweißen unter freien Hemmeln, Interaktion, Essen, Loben. Die nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 10 Uhr. Ja, also morgen. Alles klar. Arbeitsorten haben sich nicht verändert. Sehr schön. Den hätten wir das hier auch. So, wo bist du denn, mein Freund? Ich mein, Betty hat ja immer noch nicht da repariert. Jetzt legst du sie los gut. Du bleibst so lange bitte raus aus dem Bad? Das heißt, du wirst jetzt erstmal Reste nehmen. Danach kannst du dich hier gleich um den Kram kümmern. Betty soll es reparieren. Mehr nicht. Weil wir müssen ja... Betty wird dann gleich erstmal die Kleine hier rausnehmen. Äh, rauslassen. So. Sehr schön. Und du, mein Freund, du darfst dann jetzt hier gleich... Du darfst das Töpfchen sauber machen. Jetzt so perfekt zu polieren. Und du darfst hier aufwischen, mein Freund. So. Aber Summer muss ich nochmal ganz kurz gucken. Sie muss ja noch ein bisschen was tun. Fitness. Charisma hat sie erhöht. Fitnessfähigkeit muss sie noch tun. Alles klar. Das kriegen wir hin. Training. Wunderbar. Und die Kleine, die braucht Spaß. Das kriegen wir auch hin. Hier. Spiel ein bisschen. Durchkriechen. Genau. Dann ist sie auch beschäftigt. Und du, mein Freund, wirst hier sauber machen. Du tust jetzt auch mal was. Ich mein, ich mein, dann spaß das im Keller. Aber, dann kriegen wir auch gleich wieder hoch. Sauber machen muss ja auch sein, ne? Erst Töpfchen. Genau. Nachdem du da alles aufgewischt hast, wirst du das hier auch noch aufräumen. Und dann darfst du deinen Spaß erhöhen. Die Kleine spielt. Hoffe ich doch. Wo ist sie? Da. Alles klar. Sie kann gerne spielen. Ich mein, er hat nicht gerade Spaß bei. Aber, es muss ja auch gemacht werden, ne? Und Betty, sie träumt Sport. Alles klar. Mir geht es nur darum, dass das hier erledigt ist. Für ihren Auftritt morgen. Um 9 Uhr muss sie los. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Hast du aufgewischt? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Gut, nachdem du aufgewischt hast, sollst du das da ja noch aufräumen. Dann darfst du aufs Klöchen gehen. Und, jetzt muss ich mal was googeln. Du musst doch bestimmt auch noch was machen für deinen Beruf, oder? Level 5 der Kochfähigkeit erreichen. Echt, jetzt? Okay. Ich mein, wieso wäscht der... Naja, da kommen wir uns gleich drum. Er muss erstmal ein Ründchen daddeln gleich. Wie spielen? Du spielst... Sportspaß? Sehr schön. Summer. Dir geht's gut? Reicht das denn? Ja. Guck mal, länger trainieren brauchst du da nicht auch gar nichts haben, oder? Oder Betty. Ich verwechsel die beide mal. Das ist furchtbar. Betty, Entschuldigung. Gut, die Kleine spielt auch noch. Sehr schön. Da geht auch ihr Spaß hoch. Das freut mich. Ungemein. Dann hat's Betty ja auch gleich geschafft. Dann kümmern wir uns mal um den Umzug, wa? So. Haushalt. Umziehen. Sehr schön. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Dann bin ich mal gespunnt. Ähm. Was? Nee. Haushalt verlassen und umziehen. Ein anderer Haushalt wählen. Neuer Haushalt. Derzeit nicht in dieser Welt. Was? Nee. Abbrechen. Will ich doch gar nicht. So. Dann war's das Falsche, wa? Scheide ich einfach nur umziehen lassen. War wohl mein Fehler. Ich will doch meine Sims weiterspielen. Und sie nicht irgendwann in eine andere Welt ziehen lassen, dass sie denn spurlos verschwunden sind. Das will ich nicht. Ja. Das war richtig. So. Wir haben eine Million und 93.000. Mehr war... Ich würde gerne in diese Promi gehen. Da hab ich noch nie gewohnt in Sims. Äh. Wo war das denn? Und wo war das denn? Das hier, ne? Dillsoul Valley. Na mal gucken. Passt auch besser zum Betty. So. Was kosten denn die Hütten da? Promihaus. Grundstücksmerkmale Promihaus. Ja. Wir sind ja Promi. Drei Badezimmer. Zwei Betten. Grundstück ist 64x64. Und da? 50x40. Auch vier Toiletten sogar. Dann haben wir hier noch ein Villa Bailey Moon. Dreischlafzimmer. Vier Toiletten. Hätte ich gesagt, gefällt mir dort hier am besten. Schlossgipfel. Oh. Das dürfte zwar übelst teuer werden. Aber da ziehen wir hin. So. Verbleibendes Budget. Haben wir immer noch 800.000. Möbel behalten. Möbeliert. Das ist möbeliert. Hm. Man könnte ja auch mal neue Möbel holen. So ist das nett, ne? Meine Möbel verkaufen will ich ja jetzt aber auch nicht. Die nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen umdekorieren. Ja. Grundstücksmerkmale Promi-Haus. Das bedeutet, dieses Anwesen steht auf der Liste der Promi-Haustouren. Was für höheren Ruhmgewinn, beschränkten Zugang und die Bewunderung von Besuchern sorgt. Sieh dich aber vor, ey. Wer hier wohnt, ohne wirklich berühmt zu sein, gilt als Ausschneider. Alles klar. Dimm. Aber wir sind ja berühmt, ne? Zumindest Hamas. Ein bisschen ein Ein-Sterne-Promi. Aber man kann dadurch ja auch schneller berühmt werden, ne? D-d-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. So, das müsste ja jetzt reinträglich schon möbeliert sein. Nehmen wir mal gespannt. So, die folgenden Objekte wohnen in das Inventar deines Sims oder des Haushalts. Jipp. So, ich schau mal kurz Pause. Was genau war das jetzt? Betty, wann wird es Winter? Aha. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das sollte ja möbeliert sein, ne? Ach guck mal, hier ist so ein kleiner Pool. Ist das ein Pool? Ein merkwürdiger Pool, ehrlich gesagt. Sehr merkwürdiger Pool. Wie sollen die Sims hin da reinkommen, bitteschön? Ich meine, ich gehe schon mal davon aus, dass das ein Pool sein soll, aber... Warte mal, was sind das hier für Hütten? Okay, warte mal. Eins nach dem anderen. Ich mach mal kurz die Wände aus. Ja, wie sie da reinkommen sollen, das ist mir schon ein Rätsel. Was ist das denn hier? Betten, oder was ist das? Baby, mach mit Bett, die Techte, Mächte schlau. Ich glaube, das sind Betten. Okay. Und das? Was ist denn das? Ist das auch kein Haus, oder? Ansehen. Liegt hier jetzt mal so ein Dinoschädel. So eine Eckbadewanne. Alles klar. Hier sind Kleiderschränke. Das ist wohl das Schlafzimmer. Okay, das sieht ja schon mal ganz nice aus. Mit Schränken. Sogar drei Stück. Das ist wahrscheinlich das Clou. Ja, voll das Luxus-Clou. Drei Duschen, oder was? Ne, zwei Duschen. Das sah nur aus wie in dem Spiegel, oder? Ne, hier ist auch noch ein Clou. Was ist denn das für eine Hütte, Alter? So, das ist oben. Das geht noch höher. Hier ist unsere dicke Bar. Hier ist die Küche. Alles klar. Das ist eine Megaküche. Mit Kochinsel. Sehr schön. Und hier? Ah, das ist der Esstisch. Da ist auch noch mal ein Bad. Ja, Alter, was für ein Fernseher, Alter. Wenn das ein Fernseher ist, oder? Das ist ein Fernseher. Alles klar. Gut. Denn, ich weiß nicht, wie die in den Pool kommen sollen. Aber es geht ja noch höher. Ah. Von oben geht es in den Pool. Alles klar. Hier, die haben oben noch so eine riesen Dachterrasse. Was war mal eine schnicke Bude? Hier ist auch noch ein Pool. Mit Grill. Jetzt verstehe ich. Alter, ist das eine Bude. Hier ist auch ein Teich. Gut. Schick, schick, schick. So, ehrlich gesagt, geht das hier hin? Wahrscheinlich nicht, wegen der Kante hier. Würde ich gerne die Spielsachen für Betty. Äh, für Betty. Für unsere Kleine. Zumindest eins davon. Deswegen wollt ihr es auch nicht verkaufen. Zumindest eins davon. Ähm. D-d-d-d-d-d. Oh ja, ich muss hier wirklich mal aufräumen. Das ist voll die Luxusbude hier. Wo ist denn das jetzt? Diese Gartenspielsachen von ihr. Sind nicht mitgekommen, oder was? Was sind die Pflanzkübel und so? Äh, die Kleine braucht ja was zum Spielen. Sonst klappt das nicht. Ähm. Wo ist denn das jetzt? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich muss gleich auch mal gucken, wo das Schlafzimmer für die Kleine ist. Es ist weg, wie es aussieht. Echt jetzt? Warte mal, ich gebe einfach mal ein Kleinkind. Kleinkind, Toiletten, Steglappen, erst einmal einfach nur klein. So, ja, das ist aber nicht das, was wir haben, das ist das, was man kaufen kann. Das müsste ich ja haben im Inventar eigentlich. Was ist das da? Grüne Erbse, alles klar. Geldbaum, oh ja, der Geldbaum muss hier aber wieder hin. Daraus kriegen wir alles wieder hin? Ich weiß nicht, wo das geblieben ist. Eins hat den anderen. Ich muss ja sowieso erst mal gucken, wo ist denn überhaupt... Hier erst mal durchzusteigen. Das Fernseher, da ist ein Bad, da ist die Bad, hier ist die Küche. Dort oben ist der Pool. Und hier, das sind wohl hier Betten. Auch wenn die sehr merkwürdig aussehen. Da ist das große Schlafzimmer. Ich würde ja schon gerne ein eigenes Zimmer für unsere Cindy haben. Hier können dann die Eltern schlafen, klar. Aber Cindy, ich glaube, hier raus machen wir die... Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ottomane. Ich wüsste nicht, wo die Kleine sonst schlafen soll. Weil ich sehe hier sonst, das ist Wohnzimmer, kein weiteres Schlafzimmer, oder? Mö, das hier ist die Dachterrasse und so mit Pool. Ich werde daraus, auch wenn es schade ist, aber ich werde daraus ein Zimmer machen müssen. Unsere Kleine braucht dann ein Zimmer. Sonst geht das nicht. Ich war noch nie in dem Haus, da muss ich jetzt echt erstmal gucken. Ich weiß auch nicht, wozu hier so eine Sicherheitsschranke steht, aber... Ich weiß nicht, wo hier die Türen sind, aber... Bei dieser riesen Eingangshalle. So, warte mal. Ich will das hier jetzt nicht unbedingt verkaufen. Ich packe das erstmal ins Inventar. So. Kann man ja später wieder hinstellen. Denn, ähm, Objekte Nachtzimmer bauen. Genau, gehen wir einmal auf Kinderzimmer, wenn es geht. Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Kinderzimmer. Schönes, alle meine Lieblingssachen. Vorsicht, so ein Mädchen. Süße Träume, Teenager-Idol, kleiner Träumer, Spielzimmer, Plüsch pur. Bereit zum Spielen, die werden immer billiger, ne? Ne, Luxorama-Spielzimmer. Zimmer kaufen? Kriege ich das da rein? Wahrscheinlich so nicht, ne? Mann, aber so müsste das doch eigentlich passen. Ja. Gut, das kann man von außen ja alles noch ein bisschen anpassen. Das ist nicht das Problem. Wenn ich das Ganze jetzt hier etwas in die Länge ziehe, geht das? Bis dahin? Das wird zu groß, ne? Ja, bis dahin würde ich sagen. Sehr schön. Gut, da wäre sogar Platz für zwei Kinder später. Das wäre schon mal sehr, sehr schön. Hier haben sie auch Spielsachen und alles. Ja. Das passt. Tür kommt gleich noch rein. Jetzt muss ich mal kurz die Wände anmachen. Hier geht's nicht. Warum nicht? So, so. Gut, das muss natürlich hier außen angepasst werden. Das kann so natürlich nicht bleiben. Das muss ja natürlich wieder... Print, CD. Okay, so. Einmal das hier kopieren. Sehr schön. Wenn ich das jetzt komplett... Geht nicht, ne? Doch. Sehr schön. Ja, dann ist das hier schon mal angepasst. Ich bräuchte aber auch den Sockel. Hoffentlich kann ich den auch kopieren. Ja. Guck mal. Passt doch. So. Hier waren sowieso keine Fenster an der Seite, ne? Ne. Braucht auch nicht. Den haben wir da schon mal wieder. Wo er hier definitiv noch rein muss, ist natürlich eine Tür. Ach, du Heilige. Hat er jetzt von drinnen alles oder war das vorher schon so? Ich weiß das gar nicht. Ne, er kann ja nicht von drinnen alles mitgemacht haben. Ne, weil das Zimmer ist ja auch extra. Glaubt, das war so. Ist das oben auch so? Tatsächlich. Das war so. Okay. Ah, das kann man jetzt wieder noch alles machen. Wichtig ist jetzt natürlich eine Tür. Und da möchte ich doch schon gerne, damit sie ein bisschen zum Hauspost die gleichen Türen mit drin haben. Das war schon so eine schöne Glastür hier. So. Hier so rinnen. Passt nicht. Warum nicht? Da passt. Wieso passt die nicht mit dich? Ah, alles klar. Sehr schön. Ich mach die Wände mal kurz wieder aus. Ups. Das war Kelle? Ich wollte die Wände ausmachen. So. 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 Sieht doch schön gemütlich hier aus. Die Frage ist, kann hier ein Kleinkind drin schlafen? Wahrscheinlich ja, ne? Müsste ich aber ausprobieren. Da steht ein bisschen Spielzeug. Da ist ein bisschen Spielzeug. Da ist eine Spielzeugkiste. Geh doch. Die anderen Boren schlafen denn hier? Was ich definitiv später noch haben will. Staffelei und so. Aber es ist Stück für Stück. Jetzt machen wir erstmal weiter. Döp, 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 döp. So. Er freut sich. Du musst aber noch ein bisschen was tun, mein Freund, ne? Aber ansonsten geht es ja nicht ganz gut. Dein Spaß und so. Computer brauchen wir noch. Fällt mir gerade mal so ein. Moment. Ich muss meinen Computer wieder hinstellen. Äh, wo ist er denn? Döp, dafür brauche ich aber erstmal ins Räubtisch. Aber wo stelle ich den am besten hin? Hier vorne, die Eingangshalle ist doof. Schlafzimmer. Wird zwar passen. Sind da Fenster? Ah. Und wenn ich es oben mache? Warte mal, den habe ich vergessen. Da ist das schöne Wohnzimmer. Ist hier auch noch ein Balkon. Ne, hier ist auch noch ein Eingang. Sieh mal einer an. Es geht sogar oben rein, wie es aussieht. Ja, gut. Auf die Dachterrasse will ich ihn jetzt auch nicht unbedingt haben. Das ist ein schickes Haus, du. Richtig schickes Haus. Wenn man ihn hier so unter die Treppe stellt. Ich weiß nicht, ob das geht. So, jetzt mal ausprobieren, ne? Schreibtisch. Schreibtisch. Den gucken wir mal kurz. Das ist der falsche Schreibtisch. Da wäre auf jeden Fall schon mal das Duhl. Ja, könnte sogar passen mit ein bisschen Glück. Ich stelle ihn erst mal hier hin. Suche hier erst mal den Schreibtisch. Ja, gut. Töpfchen und Hohstuhl, das stelle ich ja auch erst mal hin. Das brauche ich ja gleich noch. Stelle ich aber gleich um. So, und unsere Urne natürlich auch. Aber jetzt will ich erst mal den Schreibtisch haben. Dem D, 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 D. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Die Grille haben wir ja schon oben. Aber ich könnte hier ein bisschen was haben. Ich muss hier mal aussortieren. Unbedingt. Die Werkbank brauchen wir auch noch. Wissenspult von Sabestas. Wo ist denn der normale Schreibtisch? Ich weiß gar nicht mehr, wen ich da hatte. Das war er, ne? Nee. Nee, nee, nee. Flutsch immer weg. Das sind diese Polizeidinger von Adelbert. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Warte mal. Dann gucken wir mal nach Räume. Wohnzimmer. Büro suche ich. Wo ist denn Büro? Schlafzimmer. Wohnzimmer. Esszimmer. Büro. So, dann gucken wir mal nach Schreibtischen. Da wir jetzt in einer Luxusbuse brauchen wir auch etwas luxuriösere Schreibtische. Gut, die hier unten sind geschebert. Was ist das? Geos Disquial. Der sieht mir aber schon ein bisschen. Der Empfangstresen. Inspirationstisch. Erkenntnis. Der sieht doch schick aus. Umgebung 2. Nehmen wir den. So. Durch da ran geht er, ne? Doch. Ne. So, dort wo denn jetzt der Stuhl passt hat. Yo. Und darauf jetzt der Computer. Den habe ich aber schon gesehen. Da ist er. Sehr schön. Das Pors, das Pors. Denn die essen ja alle hier, ne? Ich möchte, wenn schon, dass die auch alle gemeinsam essen. Wo ist der Hochstuhl? Den hatte ich hier irgendwo hingestellt. Da. Ich will mal was ausprobieren, will ich. Nein. Ich will nur den Stuhl. Nur den einzelnen Stuhl, wenn es geht. Ja. So. Einmal da hin. Ich will ausprobieren, ob der davor geht. Guck mal. Dann kann die Kleine mich mit am Tisch setzen. Den stelle ich dann erstmal hier an die Seite. Bis später. So. Und das Töpfchen natürlich ins Bad. Das hat hier oben ja nichts verloren. Auch ein kleines Bad hier, ne? Jo, da kann er auch rin. Jo. Der muss hier nicht immer so weit laufen. Guck mal. Der kommt auch hier hin. Wunderbar. Betty hat hier Zimmer da unten. Schönes Luxuszimmer. Den brauche ich aber noch. Das passt aber, glaube ich, unten besser. Wo denn? Hier würde ich gerne an die Wand. Wo ist es denn? So einen kleinen Schrein aufbauen. Da hatten wir den, ne? Ich glaube, so hier Porst. Da sollen mich die Öhrnchen wieder rauf. Da die eine Urne. Da die andere Urne. So, Summer. Die stellen wir wieder nach draußen. Die Frage ist nur, wohin? Wo hier so direkt neben den Fischen? Das passt doch. Ejo. So. Da ist das. Jetzt sehe ich das. Jetzt. Das kann man hier draußen zwar hinstellen, aber... Wie kommt man hier hin überhaupt? Der Eingang ist hier vorne, aber... Gibt es hier irgendwo einen Ausgang? Ich glaube, die kommen hier gar nicht hin in den Bereich. Oder? Warte mal. Ich meine, hier oben kommt man rüber, weil das alles oben ist. Klar, ist halt eine Villa. Wo ist der Pool? Aber die kommen hier vorne in den Bereich hier gar nicht hin, ne? Muss ja irgendwie. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Aber das hier ist, glaube ich, eine Tür, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sieht aber nicht nach der Tür aus, ehrlich gesagt. Oder war ich hier in der Treppe? Und die habe ich jetzt weggemacht. Außer sehen. Aber das kann es natürlich auch haben. Wollt, ich hätte das doch schon ganz gerne, weil... Guck mal, hier ist ja ihr Zimmer. Dass sie direkt hier draußen so spielen kann, ne? Muss ich gleich mal gucken. Dass der hier so steht vielleicht. Ihr Spielzeug allgemein. Hier so vorne so draußen. Ein bisschen. Das vielleicht hier so an die Kante. Gucken wir mal. Dann hat sie hier auch noch ihr Planschbecken. Das kann man da so hinstellen. Zack. Glaubt, das hier ist eine Tür. Bin mir aber nicht ganz sicher, oder? Sieht zumindest nach der Tür aus. Dann müsste hier doch so eine kleine Treppe vor, oder nicht? Warte mal. Wo wollen denn die Treppen? Die Treppen. Das ist aber nicht so einfach mit dem neuen Haus. Da sind die Treppen. Ähm, was nehmen wir denn da mal so schönes, ne? Ja, so eine Mammotreppe würde hier aber passen. Geht aber anscheinend nicht. Hm? Sollst du doch nicht so eine Megatreppe hinstellen, Mensch. Soll doch nur hier vorne ran, Mensch. So. Genau. Und dann einfach nur... Eigentlich bis dahin, ne? Nein! Nein! Man sollst doch nicht die Tür verkaufen, Mensch. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Boah. Tust du denn da? So macht er anscheinend die Tür kaputt. Das ist doch doof. Oh, nee. Krieg ich denn deine Treppe vor? Das ist eine gute Frage, ne? Ich möchte, dass das Kind hier rauskommt. Okay, warte mal. Das muss ich anders machen. Ähm. Einmal... Wählen. Einmal die Tür. Kennst du aber schon gerne mittig. Kann ich die Tür erstmal woanders hinsetzen? Erstmal... Nur vorübergehend. Wie heißen die? Schiebetür in Kahuna von Tür und Co. Passt aber auch erstmal nicht woanders hin, ne? Aber erstmal da. Kommt da gleich wieder weg. Ich will nur einmal die Treppe hier richtig drüber. So. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Dann kommt die Tür hier wieder mit. So. Dass es hier von außen mittig sitzt. Mann, das sieht hier jetzt ein bisschen blöd aus mit der Ecke, ne? Frag mich allgemein, warum da so eine Ecke sitzt. Das passt doch überhaupt nicht zum Zimmer. Geht das nicht weg, oder was? Und scheint nicht, oder? Doch. Oh je, die passt halt auch überhaupt nicht hin, die Ecke. Allgemein passt das so nicht wirklich. Auch von außen, aber von innen nicht. Ah ja, obwohl es gibt ja auch so Glastüren, die direkt in die Ecke gehen, ne? Mir geht es ja nur darum, dass das Kind hier rein und rauskommt. Wenn es denn funktioniert. Und ich glaube, die Ecke, die gehört... Ah, das war hier Deko, alles klar. Soll ich das hier auf die Ecke setzen? Hier passt das aber besser. Guck mal. Jetzt müssen wir das Dorf hin. Passt das da auch wieder mit so... Ja, so passt das wesentlich besser. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die hier durchkommen. Müsste man ausprobieren. Auf jeden Fall, mein Freund, du warst ja gerade dabei, den Spaß hochzuträumen. Das machen wir jetzt auch mal. Du wirst hier erst mal, ne? Jetzt muss ich mich erst mal gewöhnen an die Riesenbude hier. Spiel spielen. Sportspaß. So. Du, Betty, hast, glaube ich, alles Wichtige erfüllt, ne? Ja, sehr schön. Mein Kosting ist ja erst morgen. Ich lasse das Ganze erst mal weiterlaufen. So, dann wollen wir mal gucken. Du hast Hunger, sozial, Toilette. Betty hat, oder Cindy, besser gesagt, hat ein super Zimmer. Mach mal die Wände wieder normal. Also so. Ich glaube, du gießt erst mal... Ja, das ist eine gute Frage, was wir jetzt machen, ne? Du gießt erst mal aus Örtchen, verwenden und was essen danach, würde ich sagen. Was? Sehr beschämt, weswegen? Aufschneiderin, wegen Merkmal-Promi-Haus. Was? Och, stell dir nicht so an, Mensch, du bist doch berühmt. Vor allem verstecken. Erst mal Reste essen. Reste sind nicht drin. Gut, den Kochenründchen. Ähm, dann machen wir mal ein bisschen Grillkäse, Familiengröße. Das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin. So, Cindy, was rennst du hier draußen rum? Vor allem nackt? Was hast du gemacht? Cindy, du kannst ja nicht nackt vor der Tür rumrennen. Hier, geh was spielen. Durchkriechen. Dip, 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 dip. Alles klar. So. Er ist am daddeln, sehr schön. Sie sollte jetzt normalerweise... An dieser Hütte muss man erst mal klarkommen. So, hier kommt später noch die Staffelei wieder hin. Ich glaube, da werden sie sich dran gewöhnen. Betty ist doch wohl hoffentlich noch Promi, oder? Nicht, dass sie schon wieder verloren hat. Ja, sie ist noch Promi. Aber ja, da können wir auch gleich echt nochmal, da muss ich echt drauf achten. Ein bisschen... Hier, Simpsagram. Genau. Das kann gleich alles in den Kühlschränk. Ich meine, Kochen soll eigentlich eher machen, aber eins nach dem anderen. So, wirklichen? Nach deiner Simpsagram-Story? Genau. Das Bild passt einfach perfekt zur heutigen Stimmung. Deine Follower sind gleichen Meinung. Betty hat zwölf Follower dazugewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 120. Wunderbar, wunderbar. Und die Kleine, die ist da echt tatsächlich hingekommen. Auch wenn ich nicht weiß, wie, aber es muss da ja ein Weg hingeben. Find ich schon noch raus? Bei der Kleinen geht es auch sehr, sehr gut. Sehr schön. So, Betty holt sich was zu trinken. Er ist immer noch am Doddeln. Jo. Aber hier jetzt den Überblick zu behalten, ist nicht so ganz einfach in der Bude. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ist halt eine Luxusbude. Ich will nicht wissen, was hier die Umkosten sind. So, mein Freund. Ich kümmere mich jetzt aber hauptsächlich erstmal um dich. Du musst mich unbedingt an Level 5 der Kochfähigkeit erreichen. Das heißt, dein Spaß ist hoch genug. Du wirst definitiv jetzt erstmal kochen, bis der Head glüht. Ähm, du machst Tofu-Tacos, mach am besten eine Partygröße. Leg los, mein Freund. Du hast fertig gedoddelt. Was hat Betty vor? Sie will zur Kleinen. Dann sehe ich auch gleich mal, wie man hinkommt. Na ja, zumindest kann die Kleine so nicht weglaufen, ne? Okay. Sehr schön, sehr schön. Okay, Sozial geht hoch, aber Betty, du müsstest mal Level 5 der Bewegungsfähigkeit erreichen. Sehr schön. Du müsstest mal aus Örtchen, Betty. Das wäre vielleicht nicht so ganz unwichtig. Und die Kleine? Kleine geht es eigentlich ganz gut, aber die müsste auch aus Örtchen. Aber dafür haben wir das Töpfchen, was ich, glaube ich, auch hier oben stehen habe, ne? Eww. Gut, dann gehst du aus Töpfchen. Dann kann ich auch gleich mal beobachten, wie sie da hinläuft. Ich weiß mich nicht, wie sie da hingekommen. Level 4 der Kochfähigkeit hat er schon. Sehr schön. Ach, hier kommt man rum. Alles klar. Dann ist das hier doch keine Tür, oder? Doch. Gut, sie geht doch lang. Warum nicht? Warum nicht? So, was treibst du? Er geht schon wieder daddeln. Du bist noch nicht fertig, mein Freund. Du solltest Level 5 erreichen. Hier. Das packst du in den Kühlschrank, my friend. Äh, Portion für Sinne wegliegen. Und dann wird weiter gekocht. So, du machst jetzt Gemüse-Teigtaschen. Auch eine Partygröße. So, sie geht Richtung Topf, hoffe ich mal. Und Betty? Alter, das ist eine... Alter. Ja, das ist nicht mehr normal. Das ist völlig übertrieben, der Fenster. Aber gut, denen geht's gut. Sie hat alles als Wütenvermogen. Kokett. Durch die Riesenglotz, oder was? Ach, weil sie Romanze guckt. Oh, die Kleine erledigt ihr Geschäft? Jetzt siehst du mal, Level 3 der Töpfchenfähigkeit auch erreicht. Wann wird die Kleine eigentlich älter? Ja, das müsste ich jetzt echt mal gucken. Oh, die hat noch ein paar Drogen. Na, zwei. Die Kleine hat aber auch Hunger. So, das kriegen wir alles hin. Hier ist der Kühlschrank. Du kochst bitte, mein Freund. Essen. Hier, frag Mami um Essen. Nachdem du fertig bist auf dem Töpfchen. So. Genau. Du fragst jetzt Mami um Essen. Er ist noch am Kochen. Sobald er fertig ist, wird er das Töpfchen leer machen. Alter, es ist eine Bude hier. Da muss ich erst mal drauf klarkommen. So, mein Freund. Ups. Du wirst... Ey. Hier muss ich erst mal zurechtkommen bei der Kamera. Nein, du sollst... Boah. So. Du sollst das hier weglegen. So. So. Genau. Nachdem du das weggelegt hast, gehst du das Töpfchen sauber machen. Nicht im Inventar platzieren, nur putzen. Ist er sauber? Wo hat die Kleine denn reingemacht, wenn ich fragen darf? Ja, gut. Ich lasse ihn jetzt noch nicht essen. Ihr habt ja gesagt, wenn man zu früh essen lässt, dann dadurch werden sie dicker. Du nimmst ein schönes Bad, mein Freund. Nein. Er wollte doch gerade den Topf einstecken. Genau. Die Kleine ist. Sehr schön. Die können wir gleich auch nochmal boarden. Was machst du, Betty? Du setzt dich zu der Kleinen. Das freut mich. Level 3. Ja, das passt doch. Gut. Dann sind sie hier wohl in einem neuen Heim. Vielleicht leben sie sich ja noch ein. Vielleicht den Promi-Status ein bisschen höher drücken, damit sie sich hier wohler fühlen. Kriegen wir aber alles hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht es dann weiter. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.